Hallo, in diesem Video geht es um die Bassstimme der Nummer 35 aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Das ist der Choral Seid froh die Weile. Wir starten gleich von vorne. Eins, zwei, drei. Das machen wir gleich noch einmal. Eins, zwei, drei. Jetzt schauen wir uns den Anfang noch einmal noch langsamer an. Nochmal. Weiter. Weiter. Den Takt 4 machen wir gleich noch einmal. Nochmal. Und einmal noch. Nächster Takt. Nochmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Jetzt noch einmal von vorne bis hierhin in schnellerem Tempo. Eins, zwei, drei. Nächster Takt mit Auftakt langsamer. Und noch. Und noch. Nochmal. Einmal noch. Nächster Takt. Nächster Takt. Nochmal, bitte. Und einmal noch. Weiter. Den letzten Abschnitt, Abtakt 9 mit Auftakt, bitte gleich nochmal. Einmal noch, bitte. Macht bitte jetzt den zweiten Teil, Abtakt 7 mit Auftakt, in schnellerem Tempo. Zum Abschluss würde ich gerne den Choral noch zweimal durchsingen, einmal in langsamerem Tempo und einmal in schnellem Tempo. Eins, zwei, drei. Und jetzt in schnellerem Tempo. Eins, zwei, drei. 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 So, das war's auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch bei der Erarbeitung von diesem Choral geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch bitte ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!